hallo liebe freunde und herzlich willkommen hier zurück zu minecraft ja ihr seht oben rechts die ganzen neuen tutorials die kleinen tutorials weil ich endlich mal es geschafft habe minecraft 122 zu installieren wir spielen also jetzt auf 112 2 und geht erst mal eine runde pennen potch hat erzielt trotzdem was schönes ist er wieder völlig durch weil wir alles wahrscheinlich neu tatsächlich okay das hat sich alles gendert siehst du mal schön dass er abenteuer okay jetzt kommen wir hier was ist das entdecke alle biome okay so hier müssen wir noch was habe ich hier gemacht ach hier wollte ich doch einen durchgängigen dingsbums haben hier fälle an den baum es ist natürlich schön dass ihr nicht kapiert dass wir jetzt hier schon mal minecraft gezockt haben aber okay so schauen sie mal an was hier zuletzt alles gemacht wurde wir haben hier nur noch unseren balkon mit dem wir schön zum volk sprechen können und ich falle jetzt den baum damit er endlich mal die ruhe endlich mal ruhe gibt hier okay da haben wir unsere schwebebauung irgendwo ist ja hier noch holz drin rein da ist holz da ist holz ups ich habe doch selber in dein rezeptbuch so war es das schon oder okay es fällt wieder ein bisschen was zusammen moment 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 schien ist fortschritte l okay ah cool habe ich gesehen so was wollte ich denn machen irgendwas würde ich machen ich habe auch nichts mehr dabei ich wollte genau ich wollte ich brauche hier neu und so ich brauche ich schau in dein rezeptbuch schau in dein rezeptbuch wo ist mein rezeptbuch sich was geändert gibt es jetzt ein rezeptbuch ups jetzt kein rezeptbuch oder ist ja mega einfach habe ich noch irgendwo stöcke schau in dein rezeptbuch denn natürlich ich okay so dann immer so ein stock wir brauchen auf jeden fall zack ja das bringt uns jetzt gerade gar nichts okay schaufel haben wir achs kriegen wir nicht hin zwei davon okay schon mal eine spitzhacke schau in dein rezeptbuch okay 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 wir können jetzt hier also wir werden jetzt hier mega die tollen fortschritte feiern können da wollte ich gar nicht hin weil das spiel ist nicht kapiert dass wir hier schon mal gespielt haben ist natürlich auch lustig so habe ich die treppe fertig gemacht ja hier haben wir zu gemacht hier wollte ich da runter gehen und hier kommt unser storage hin so machen wir jetzt hier nochmal eine verbreiterung oh äh 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 moment einmal so welchem weg bin ich denn jetzt raus gekommen ach hier habe ich schon mal abgebaut hier geht es hier ist unsere treppe hier geht es runter hier habe ich immer sand abgebaut am anfang verstehe 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 okay das heißt hier können wir also nicht weiter das macht aber nichts wir können das ganze jetzt trotz alledem verblenden und dann auch erstmal unseren storage hier rein bauen hier kommt unser lager rein auf jeden fall so da brauche ich aber noch steine für und wir müssen auf jeden fall weiter bauen was brauche ich denn obsidian brauche ich auf jeden fall dann brauche ich noch ein buch genau so hier machen wir immer mal pro a pro ein bisschen weiter ich will ja das ganze ein bisschen anpassen terraforming so hier sind wir schon ein stück weiter ok ok grüßt euch ja ja was machst du hier draußen kein schwert dabei ok 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 so jetzt brauchen wir eine verkleidung für unseren rame raum mit was vergleichen wir den holz verkleiden oder doch er noch ihr mit steinen weiß es nicht sondern eigentlich mal ein paar verschiedene manche anschauen hier ist kein holz mehr das passt wir haben auch nicht wir können setzling runter doch jetzt 1 noch einen hier haben wir schon mal einen zweiten das passt jetzt passt meins so jetzt schauen wir mal kurz ob da hinten jetzt noch er schwebe ja so gar nicht muss irgendwo noch holz sein regeln mich einfach auf so dich haben wir schon mal was ist denn das ist der holz wahrscheinlich unter dem ist jetzt aber gewesen sein sieht gut aus das setzling ohne ende und hier muss auch noch irgendwann so schauen wir gerade noch jetzt haben wir auch den blöden schwebebaum weg gar nicht ins bild gepasst hier gleich noch mal setzlinge einsammeln sehr gut den haben wir auch nur irgendeiner sind so eigentlich könnten wir auch mal diesen berg jetzt hier ein bisschen schicker machen sieht alles ein bisschen scheiße aus hier machen wir das wieder so viele baustellen einfach sind mein ein rezept buch ok ich schaue gleich in mein rezept buch genau was es ist so würde ich sein dass es ok hier auf der playstation playstation gibt es ein rezept buch tatsächlich das ist jetzt hier für pc auch gedauert es wäre natürlich schlecht das rezept war eigentlich immer lächerlich gefunden habe so hier machen wir haben wir dort auch mal glas draus perfekt so jetzt können wir das hier auch jetzt habe ich hier natürlich die mauer ja gut aber das ist ja egal ob man da jetzt hochkommt oder nicht ist eigentlich völlig blunder da setzen wir an da setzen wir an weiter so hier machen wir zu ja alles klar ich brauche neues zeug ich weiß das habe ich unten aber ich möchte jetzt erstmal die nacht überspringen weil ich ja nicht sehe einfach ein bisschen blöd gewählt dass das schlafzimmer ganz oben ist so ach guck jetzt zeigt er dir mal an was ihr hier erreicht hast diesmal net net ok ich brauche auf jeden fall ich muss zu den öfen oder zu den öfen denn ich brauche glas muchos glasos por favor gut was haben wir hier ich nehme mich mal mit äh erde weil ich hier nicht drin rezepte was will er denn nervst mich ein bisschen ne nehmen wir hier ein bisschen erde mit dann können wir nämlich auch gleich sind meine maus heute so schnell eingestellt auch hier da können wir das nämlich gleich weiter verwenden so 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 warum fällt der runter wenn man ihn naja ist ja ok jetzt müssen wir hier irgendwann zu einem abschluss kommen hier weiter so genau hier machen wir auch zu wird alles runter auch immer ach guck einer an hier geht schon ja ok dann müssen wir das jetzt hier abfallend hinkriegen so quasi und hier setzen wir noch eine reihe drauf und jetzt müssen wir hier nach unten gehen also jetzt machen wir noch eine reihe hin fast das haben wir äh ok wir bauen jetzt den Bögelzinn hier ab hier geht es dann in den sand über das ist in ordnung ok aber hier möchte ich dann doch das hält das runter wenn man der sand anbaut äh erde anbaut ne kopiere ich nicht macht auch irgendwie keinen sinn für mich ok ok also hier setzen wir noch eine reihe hin so hier setzen wir noch eine reihe hin hallo ha ok dann gehen wir jetzt hier eins runter wir gehen jetzt ich weiße runter die höhle unten in der wir ja erst unser zeug drin hatten die lassen wir mal die werde ich jetzt nicht abreißen aus dem einfachen grund weil ich da noch was anderes draus bauen möchte